Summer B.M. Willkommen! Meine Mama und mein Daddy grüßen und sagen liebe Grüße an alle Schwaben und Schwaben. Bin ich jetzt noch schärfer? Gehst du das Maske machen? Äh, ich mach grad gar nix. Ich mach grad echt nix. Fest? Wie ist es hier fest? Ja, ich fest hier. Ja, das ist super hier, ne? Hallo und herzlich willkommen zu, ähm, Asta irgendwas. Sommerfestplanung. Ähm, heute hier im heißen Asta. Es wird ganz, äh, doll gearbeitet. Wo kommst du her aus Deutschland oder der Welt? Aus Ulm, ja. Aus Ulm, also noch badischer Teil oder schon fränkischer Teil drüben Bayern? Schwäbischer Teil, ja. Schwäbischer Teil, noch schlimmer. Okay, ähm, warum studierst du im schönen Baden? Entwicklungshilfe machen wir hier. Das wird von unserer Landesregierung gesponsert. Hierher kommen, es gibt Geld, Entwicklungshilfe ein bisschen hier machen. Dass man die Baden auch mal ein bisschen, äh, mit der Kultur anreichert, um sozusagen. Mit unserer Kultur anreichern, genau. Okay, das ist sehr nett von dir. Also es ist wirklich, äh, da verdienst du wirklich einen Preis. Und deswegen überreichen wir dir jetzt feierlich das, äh, weiße Gaffa-Tape der Entwicklungshilfe. Wow. Heute hier live im Fernsehen. Total geil. Dankeschön. Ich bin total überwältigt. Wow. Eins, zwei, drei. Sommerfest! Eins, zwei, drei. Sommerfest! Sommer oder? Eins, zwei, drei. Sommerfest! Ja, jetzt geht's. Hier im Autos der Brügel oder in der Bahnungsmission Wir müssen alle beten zum Petrus. Wisst ihr, was echter Hammer ist? Seit heute Morgen um 8 trinke ich alle ein bis zwei Stunden einen halben Liter Sprudel oder einen halben Liter Cola. Am Stück auf Ex abwechselnd für Zucker, Koffein und Wasser. Und das Krasse daran ist, ich war seit heute Morgen erst einmal Pissen. Ich frag mich, ob das ganze Zeit hingeht. Oder? Nein, nein! Das hat mich angemacht. Das hat mich angemacht. Das hat mich angemacht. Nein, nein! Oh nein, das passiert, wenn man alleine ist. Ich hab' den Runden dran. Dort, nicht mich stoppt mit Burge. Ich bin bezeichnet, dass meine Kontaktlinie nicht wieder rausfallen. Ich hab' den Runden dran. So, was? Ich hab' den Runden dran. Das ist super. Gleich wie letztlich mal. Ich hab nie was abgeklickt. Aber heute sind wir weniger Leute. Wir stürzen sofort schraubig. Wir haben hier einen Kilo Nubin für bis zum 15 Leute. Man muss sich drauf stürzen. Nein, nein, das soll eigentlich heißen, dass es recht viel ist. Wir haben auch noch Grillfleisch und Brötchen und grüne Salate. Sonst hat es auch für ihn sofort, wie sie hier haben. Dann haben wir noch mehr Leute. Okay, das Ganze tut jetzt eigentlich gar nichts zum Fest. Doch, das ist wichtig. Das ist elementar. Wir machen Kaffee genau für die Security und für die lieben Krankenhäuser. Das Fest war voll genial. Ich stand die ganze Zeit nur hinter der Bar. Aber selbst hinter der Bar war es ziemlich genial. Anstrengend, aber trotzdem toll. Du gehörst doch nicht in. Das kenn ich nicht. Mach Sex. Jaa, Pottom was first. Juhu. Jetzt kommt rein. Du wirst dann nicht irgendwelche Erzippen an, die wir jetzt reinkommen wollen. Das ist okay. Party. Okay. Das sind ja immer noch. Jaa, genau. Liebe Grüße von Mia. Im zweiten Semester Mechatronik. Aber hinter euch steht ein ziemlich attraktiver Mann, der ziemlich auf euch steht. Das ist was ich lenne. Das ist was ich lenne. Der war wahrscheinlich ... Der war wahrscheinlich ... Ich weiß nicht. Er sucht ... Er schwul ... Er? Musch die Kanada rufen. Er sucht jemanden. Er sucht jemanden blond. Ja, ich finde aber die Falsche hat dessen. Echt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Also ich muss dich anschauen und dann gefällt es mir noch viel besser. Aber ich fühle mich eingegrenzt. Das finde ich schlecht. Stimmt. Willst du was sagen? Wie quälst du heute auf dem Sommerfest? Gut, optimal. Was hast du jetzt gemacht? Stöhne rein. Ich kann aufhören. Sorry, ich habe mich zusätzlich weht. Jetzt chill einfach und fang den Satz einfach an. Sagt hier stehen, guckt mir in die Augen und fang deinen Satz nochmal an und erzähl mir das Interview. Ich grüße meine Mama, mein Papa, meine Oma. Ich auch. Hallo Oma. Ich will Lob aussprechen. Das werden jetzt selten gemacht, das wird dauernd gemacht, aber trotzdem denke ich. Ich habe es noch nicht gemacht. Okay. Vor der laufenden Kamera. Das wurde noch nicht gemacht. Ja, genau. Genau. Vor der laufenden Kamera war es so wichtig. Okay. und hier drastend.